Musik, Freunde und Zusammenhalt. Das letzte Projekt, das wir im Landesjungenorchester gemacht haben, war eigentlich so bisher mein Lieblingsprojekt. Das war im letzten Herbst, da war die Kletzmer-Band Cold Symphony dabei. Das Beste eigentlich ist, dass es ein richtig camelläres Verhältnis ist bei uns. Das hat man auch, glaube ich, nicht mehr so in der Form, so auf dem Leben, wenn man dann zwei Wochen zusammen ist und wir haben eine ziemlich coole Kombination von Leuten. Und ja, es ist einfach schön, wenn man immer dann wieder nach Hause kommt in den Ferien. Musik, Freunde und Zusammenhalt Ich komme an einem Landesjugendorchester, an solchen intensiven Arbeitsphasen. Einfach von großem Vorteil. Man lernt Orchester-Erfahrung. Man lernt die ganze Literatur. Es ist ja unwahrscheinlich, was die in den letzten drei, vier Jahren an großer Literatur weggepackt haben. Musik 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 MET